Oh, scheisse. Hallo! Hi. Steck ne Banane in dein Ohr. Was ist das für ein Bananenkorb? Du wirst niemals glücklich so. Probier's mal mit Humor. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA. Alter, GTA hat sich voll verändert. Heute spielen wir TNT-Spiele. Und wir fangen an mit dem TNT-Run. Oh, es geht gerade los. Voll die Action. Minecraft ist so ein tolles Spiel. Alter, hier kannst du wirklich nicht lange über- Oh, wow. Noch eine Ebene unter mir. Und dann ist dort der Teufel. Momo hat sich in meinem Körper eingedrungen. Es ist einfach für Momo, sich in anderen Körper einzudringen. Momo wird dann entweder Faxen mit euch machen, oder, oder. Ihr werdet sehen. Momo kann entweder böse oder lieb sein. Wenn man nicht zu ihr ist. Hä? Wenn ich ein Geist bin, kann ich mich überall befinden. Denn ich kann mich teleportieren. An deiner Maite! Ich glaube, ich habe einen runter gehauen. Mit der Faust. Ich bin eine Maschine! Ich bin jetzt runtergefallen. Okay, dann kann ich weiter runterziehen. Rakete! Alter! Oh! Oh! Nein! Ich bin vierter. Oh! Nein! An deiner Maite! Nächstes TNT-Spiel. Nein, PvP-Rone ist scheisse. BAUR! 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 SPLÄF! SPLÄF! So, ich werde euch alle zerbersten. Ich bin tot. AAAAAAAH! Ich bin als erster gestorben. Ich nehme mich jetzt auf. Das ist cool. Bin ich im Internet? Hallo, bin ich im Fernsehen? Hallo, Mama. Bist du im Fernsehen? Ich bin in dir, du Arsch. Halt's noch. Aua. Oh, rechts unten sieht man meine Subscriber durch den Labi-Mod. 809 Subscriber. Leute, bitte folgt mir. Bald haben wir die One-Nut-Game. Okay, Junge. Gehen wir weg! Nein! Oh mein Gott! Ich bin noch drauf. Oh, oh. Oh, oh. Okay, ich... Okay, ich kann nicht... Nein! One-Nut-Game-Kal-Di- Ja. Aaaaaaah! Okay. Undynamite! Willst du mal was wissen? Was will ich wissen? Ich nehme mit 100 FPS auf. Ich nehme mit 120 FPS auf. ULTRA-ZEIT-LOOPE! Undynamite! Ah! Ah! Einer läuft mir hinterher. Nein! Ich will nicht explodieren! Ich will nicht explodieren! In der Hölle. Ich glaube, du wirst explodieren. Wie lange habe ich noch? ALT! ALT! Er läuft mir wieder hinterher! Nein! Er hat euch hinten tot mitgerissen. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und ähm, tschüss! T ja, wir~! Spätestens! Gähne zu einem Mal doch mal. Bis zum nächsten Mal.